Hallo, mein Name ist Andreas Thomas, ich wohne in Werlte, bin 31 Jahre alt, arbeite seit fast zwei Jahren hier bei KRONE und mein Aufgabengebiet ist die Fahrzeugumlagerung. Mein typischer Arbeitsalltag sieht so aus, ich stehe um vier Uhr auf, frühstücke ein wenig was, um fünf Uhr beginnt meine Schicht, dann wird kurz eben gesprochen, was zu erledigen ist, jeder wird auf sein Auto eingeteilt, meine Aufgabe ist dann, dass ich dann vom Band Neufahrzeuge abhole, die werden dann gewogen, Lichtanschlüsse werden kontrolliert, Luftanschlüsse werden kontrolliert, alles wird angeklemmt, ich nehme das Fahrzeug dann mit, während ich fahre, schaue ich nach, ob alles in Ordnung ist, ich stelle das Auto sauber, ordentlich und ohne Schäden dort ab, damit der Kunde von uns ein Neufahrzeug bekommt. Meine Ausbildung habe ich als Kfz-Mechatroniker gemacht, habe dann noch drei Jahre als Kfz-Mechatroniker gearbeitet und vor zwei Jahren bin ich dann hier zu KRONE gekommen. Ich habe mich für KRONE entschieden, weil ich hier im Enssland wohne und das ein Beruf mit Zukunft ist, weil transportiert wird immer irgendetwas. Wenn ich mich in drei Worten beschreiben müsste, wäre das, ich bin flexibel, ich bin pünktlich und ich bin zuverlässig. Untertitelung des ZDF Oktober Untertitelung des ZDF, 2020